Hallo und Willkommen zu einer weiteren Behinderten-Volke-Maincraft Es ist hier so ein Zwang entstanden Und das ist nicht schön Ich werde jetzt, guck wie viel reif ist, vielleicht mal einen Probelauf machen Ich weiß aber hier muss was drauf Das ist nicht meine erste Maschine, die ich baue Er hat eine gebaut Hier hat ich das mit einer Stufe gemacht, das ist ungünstig Das macht man eigentlich nur mit Eis und einem Schild Aber hat noch keine Dingshacker Beziehungsweise Schaufel geht das aber auch, ne? Weiß nicht Ich werde da umgewachsen Ich will doch nicht weitermachen Ich hab da was ganz anderes vor Schöne Aussichten, ne? Das setzen wir mal noch durch Glas Wenn ich keine Scheißidee aber Leck Da oben hängt was Eines sieht hat sich hier auch verhangen Ab und auch nur einer Ja, Wecken Will ist es wieder her Es funktioniert ja also Ich bin stolz auf mich Wir müssen das nochmal mit dem Ablauf anders machen Dort drin, ja? Das alles abläuft und alles Wie viel Gewinn haben wir jetzt gemacht? Äh, das geht eigentlich Ist ja vieles Sieg glaube ich Vom System her Aber das ist ja gut umgesetzt Aber naja wieviel sieht es kommt denn da raus eh 2 über zweieinhalb ach jetzt war es das über zweieinhalb bis sechs ich habe das immer alle mit mit mir verkacken hier verkacken das ist ein halber massenproduktion es wenigstens cool dass das prinzip funktioniert hat so wüsste ich das ist schon wieder auf meinem feld rum gibt es mein kopf nur dass man keine felder zu trampeln kann ein mod bei grafen terminal aber keinen normalen mod sind für grafen terminal da das bis jetzt am besten geht das grafen terminal ich überlege auch momentan befasst umzurüsten von grafen terminal wieder auf normal weiß es nicht die tun nur auch war es haben wir schon der post die tier verbraucht und das erwarte ich gleich ins schwimmen neben mir natürlich eine ganze letzte entscheidung zur fetz und die ganzen kolben kaputt macht 40 sind alle das sind 40 da kommen wir auf im großen ertrag hoffen nächstes mal aber ich muss langsam mal fertig werden ja den teig geht gleich um zehn minuten weil ich ja nicht viel vor hat schon was anders zu erledigen hat so und jetzt von mir die Fotos schulden steck dass der tag auf stoppen mehr mitgenommen zwei ebenen halten steck das langt nie 1 2 3 4 5 6 7 jetzt langt nie und ich sehe gerade schon in der liste aber auch noch 2 in 2 fertig und fertig aus jahr das ding wächst natürlich in der falsche richtung das ist das einzige was eine falsche richtung wächst aber okay steht schon wieder ein zugrohr drauf und eine zuckerrohplantage müssen auch noch machen eine zuckerrohplantage guck mal nee das war es nicht was ich gucken wollte eigentlich äpfel reintun 35 gut gut ich gehen wir noch mal die schafe von mehr nehmen wir dann noch mal fleisch haben und sowas und die nur immer millionen essen nun machen nicht satt du und du 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 dann halt du dann du und du da du und du da du du und du da ist noch wer das hat ja auch scharf drauf hier ist keins mehr okay kommt man mit hinten in der ecke da ich mal was zeigen das gehe schnell flucht eigentlich damit könnte bugs entstehen auf manchen surfer oder lex oder so ein scheiß grüß das haben wir natürlich über äpfel zum kack hier haben wir auch ein einziges weizen haben ein einziges weizen haben sie uns überstellt lassen war auch stolz drauf erst denkst so da habe ich mein jetziges ziel erfüllt weiß kann schon ständig das mal weitermachen bestimmt schafe nieder metzeln für fleisch ich weiß wie die musik heißt da man steht über eine epic minecraft music würde das eine hohe rindfleisch essen weil wir nur eins haben wir haben noch zwei eigentüren wie eigentüren haben wir dann hier draußen noch weil und hinten unten welches nach hat man ja was gebrannt aus mir zwei übrig das ist nicht das war's eigentlich wirklich musisch gesagt haben das wort au 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 mein ohr mein ohr aua irgendwie oft gekratzt au 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 und es unangenehm naja da stelle ich mich jetzt wo stelle ich mich da mal hin in die ecke na ok mit dem sich da drauf in der hoffnung dass ich mir merke nächstes mal hinten die scharfen die dort zu metzeln vergesse ich eh ein schwertes essen mir zeigt man müssen mit dem schwert drauf da hinten es ist nicht viel schwert spitze dahinten gut vielen dank versuchen das war mal kurz vor Ort ist es vielleicht auch nicht schlecht vielen dank fürs zu gucken dass man eine bewertung da auch bei den anderen videos und bei den anderen ports von diesen lp oder let's play ähm ja vielen dank fürs angucken und tschüss tschüss